So, dann... Ja. Hm, 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 hm. Äh. Verdammt, wir sind glaube ich wieder auf dem richtigen Story-Weg. Kann man sich nicht einmal falsch entscheiden hier? Mensch, wie, wie kann das denn? So. Give me all your God. D-d-d-d. Oh, das ist ein Oha. Oh. Oh, nice. Viel Dank dafür, Kollege. Ach, shit. Äh, come closer. Zu freundlich. Achso, hier geht's nur wieder rein, ne? Ja. Okay, äh, zurück. Kein automatisches Laufen hier. Ach, komm. Achso, ist ein Fehler. Auch gut. Äh, wofür ist das? Kein. Ah. Den Sprung werden wir nun nicht schaffen. Hm. Es funktioniert sogar, das Ding. Ah, ein Teleporter. Den benutzen wir sogleich. Tatsächlich sind wir nahe unseres Zielortes. Ha. Wer hätte denn das gedacht? Ah, hier müssen wir wieder... Na gut, die Rune haben wir ja inzwischen, ne? So, ein neues Gebiet erscheint, äh, sogleich. Ruinen des Krieges. Das, äh, könnte interessant werden. Ruinen. Hm, 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 hm. Ich wette, hier kommt noch eine Leiter. Das, äh, verspreche ich euch. Passt. Äh, ich sag, da kommt eine Leiter. Hä? Ich kann nichts machen? Oh, das ist ein Riesenroboter hier gewesen. Krass. Ah, unser Kollege. Hallo. Moment mal, ne? Hm, hm. Kommt der denn jetzt her, eigentlich? Hier auch. Der wollte noch... Oha. Überall hier. Everywhere those robots. Nee, nee, nee. Bevor wir weitergehen, würde ich gerne hier noch weitergucken. Äh, äh, meh. He, he, he. Äh. Hm. Oder auch nicht. Ja, auf der einen Seite scheint es ja noch etwas zu geben, aber da kommen wir nicht in... Außerwahrscheinlich wir folgenden Kollegen hier. Wo ist er hin? Ach da. Oh, sorry. Oh. Oh. Hm. Äh. Äh. Okay, gibt es hier irgendwie eine Tür, die wir öffnen können, die wir haben können? Nice! Warte mal, hier waren wir schon. Ja. Oder? Nö. Nee, waren wir noch nicht. Aber ich dachte, das... Naja. Das sieht so aus, als wäre hier bestimmt noch eine große Tür. Kann das? Oh, ist das? Ach so. Hier muss man einen Energieblock reinsetzen. Zack. Okay, was ist das? Oh Gott, hier gibt es wieder viel zu viel Neues jetzt. Oh, so ein Fahrstuhl. Scheiße. Ich sag scheiße, weil... Ähm... Das heißt, äh... Oh Gott, wollen wir nicht wieder nach oben? Ich will hier nicht. Ist ein kleiner Fahrstuhl? Nee. Ähm, weil das wirkt schon wieder wie Story-Kram hier. Ist der jetzt gerufen, oder...? Hallo? Sag mir nicht, ich muss jetzt hier irgendwas. Hä? Hä? Also hier muss ein Block rauf, aber wie kriegen wir hier einen Block hin? Ich hab keine Ahnung. Und für irgendwas muss das Ding noch hier gut... Ach so. Ah, müssen wir einmal kurz rauf. Wahrscheinlich. Wunderbar. jer minha Please. Wunderbar. Gut. Jawollow. Und schwach. Uhhah. Und westach. Das ist vat beep. Na ja. Okay, also wir können auch erst mal was anderes machen. Eigentlich würde ich jetzt gerne gerade dem Roboter folgen, wenn ich hier so viele tolle Neusachen wäre. Das kommt mir hier aber bekannt vor. Ja. Es ist auch neu. Also eins der neueren Sachen hier. Okay, wir gehen mal den Weg zurück, den wir auch gekommen sind. Ja, okay, da oben müssen wir den halt reinschieben. Aber erst mal machen wir unseren normalen Kram weiter. Wir gehen zum Kollegen Roboter. Okay, jetzt sitzt er hier. Sag mal nicht, wir mussten... Nee, der steht hier. Sag mal nicht, das mussten wir sowieso machen, was wir gerade gemacht haben. Waren wir zuvor eigentlich? Ist das möglich? Bestimmt. Oh, guck mal, hier sitzt ja auch einer. Okay, wir machen doch da weiter. Naja, hätte ja sein können, ne? Hier noch irgendwas? Na, ist klangverdächtig, aber... Ja, war nix. Wir müssen uns... Ja, ich muss... Ja, ich bin... Ich weiß nicht, was wir das... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. We sind es. Okay, dann mal los. Cool. Das ist natürlich freundlich, dass der Kollege mir helfen will. Die sehen übrigens aus wie diese großen Pflanzen, nur als in Baby-Variante, in klein und noch hüpfend. Noch nicht festgewurzelt. Finde ich schön. Oh. Ich kann nichts machen. Die Welt shiftet. Ein weiteres Mal. Ach guck mal, ist das der Teleporter, bei dem wir jetzt schon waren? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Sonst werden sie so oft shiftet. Ach, fuck it. Wir gehen einfach weiter, ne? Mhm. Mhm. Okay. Ich hoffe, es ist ein Teleport-Anywhere-Knopf. Aber wer weiß. Yeah! Dritte Aufrüstung. Halten! Oha! Ah! Oha! Cool! Verdammt cool! Das gibt uns eine Milliarde neue Möglichkeiten. Das ist auch nicht gut. Oh! Okay, es verbraucht diese... Ah! Es verbraucht diese Energie! Okay. Aber interessant. Finde ich sehr gut. So ein Grappling-Hook. Ah! Das ist ein Grappling-Bio. Ah! Okay, es kommt immer mehr Funktionen zu dem Ding hinzu. Das finde ich nett. Oh, wie schön. Eine Brücke. Äh, eine Treppe. Okay, da oben ist aber der Porter, wie wir gesehen hatten. Warte mal, kann ich das... Schon gut. Aber das sollte... Hier oben sollte der Porter sein, ja. Können wir das Ding in den Kampf einsetzen? Ist jetzt eine große Frage. Oh nein, wollte ich noch gar nicht. Egal. Wir gehen mal hier hin. Vielleicht. Nur vielleicht. Könnten... Wir hier auch unseren Porter... Äh, Porter. Wie soll ich mal Porter? Unseren, äh... Grappling-Hook einsetzen. Na mal. Hey! Das ist so grob immer hier. Grapp... Grapp... Grappling... Grappling-Hook? Naja, hier war ja nichts. Richtig. Was nichts auf den ersten Blick ersichtlich ist. Warte mal. Okay. Hat sich auch gerade erlegt. Wir schauen hier schon wittelt. Ich guck trotzdem nach oben, ne? Nichts, nichts. Aber guck mal, da oben wer... Oh, wie viele Roboter hier liegen. Das ist voll übel. Na gut. Das bringt mir hier alles nichts. Nichts. Uh-huh-huh. Mhm. 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 Ähm, dann... Ja. Gehen wir den Weg nochmal. Macht ja nichts. Kann man ja so ein bisschen üben, ne? Mit unserem... Grappling-Hook. Hm. Mhm. 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 Äh, warte mal. Äh, bin ich grad zu blöd? Äh. Ähm. Äh. Oh, was ist das denn? Ist noch ein anderer? Ne, das ist der. Schon gut. Was ist da drüben? Ach so. Okay, ich muss es... Ja, ja. Ich muss es mit A machen und nicht... Loslassen. Na gut. Hier fuhren so intuitiv. Ich hab's gar nicht gemerkt, was ich gemacht habe. Was natürlich für das Spiel spricht. Ich hab's gar nicht gemerkt. Okay. Das genie. Das ist ein CO2. Änh�. mit einem Coke- Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020